wie lang tun wir den Borg-Reifel-Leute hier in der Lobby sind. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass hier 91 Leute gerade drin sind. Angenehm. Hey doch, es sind 91 Leute. Ja, hast du gezählt? You're a step-in skin, that's gold. Schleifte vor, du hast so 3000 Euro ausgegeben für die Scheiße. Aaaaah. Also mal kurz zur Info, wir spielen das Game. Ich hab mir wohl heute ein Video vorgeschlagen von Papa Platic Gaming. Und jetzt spielen wir das Game. Wo landen wir? In Paradise. Wir sagen, wir gehen aber mal ins Tal, oder? Wo, wo ist das Tal? Unter uns. Da. Boah, Alter, das Game ist schon ein Hype-Game, würde ich sagen. Hat schon Potenzial. Jedenfalls wollte ich das Game jetzt auch spielen. Digga, Maxim, nein, nein, nein. Ja. Du musst mal das nächste Mal auf dem Dach landen. Das Ding ist, du slidest einfach auf dem Dach runter, während du in dieser Dings-Animation bist. Oh nein. Du sagst, der Nebel. Der Nebel, oh nein. Ich wurde grad in der Luft gewittert. Nee, Maxi, man kann nicht durch Fansöffnungen schießen. Hey, let's go, gutes Spiel, oder? Bei mir ist einer. Vor dir. Das ist so ein dummer Rufeisenbesitzer. Mixing my arm. Was? Mixing my eye? Oh Gott. Ja, der hittet mich gar nicht, Digga. Digga. Der Loot ist aber auch echt anders wild. I'm coming, my brother. Oh ja, oben ist einer. Oben ist einer drin. Äh, so. Rufeisenbesitzer. Wenn du wie broken ist, das war 3000 DM, ey. Das ist nicht broken, Maxi. Und du machst mit einer Waffe 20 damage. Es ist doch ein normaler Schaden. Das ist gebalanced, Maxi. Ich werde wieder von so drei Russen getötet. Die Squads spielen im Duo, Alter. Stroker! Ich glaube, das war unser Pferd Taken und erstmal wegriden. Das hörtet aus wie schon so ne 3DS Spiel. Klar, dieses Spiel ist echt langweilig so. Ja, aber es passiert halt nicht so viel. Ja, ist halt so wie Apex Legends gefühlt. Auch diese Sprung-Animation, wer springt so? Nee, ach, sie hat so. Digga, viel Leben hat der. Er hat unendlich Leben einfach. Ah, nee. Nee, Maxim. Du checkst es nicht. Mann hat unendlich, Moni. Du musst nur nachladen, die Waffen. Oh, nee. Warte, da oben, da oben. Hinterher, hinterher. Hä? Hä? Ich bin stuck. Ich häng hier fest. Oh Gott. Oh Gott. Mein Pferd ist gestorben. War ich runtergesprungen nur mit dem Pferd. Warte, ich mach's auch. Ich mach's auch. Das Pferd stirbt einfach. Hä? Ich bin in der Luft gestorben. Ah, Gleitflug. Oh, Gleitflug ist richtig gut. Das ist richtig geil. Boah, Maxim, siehst du mich? Komm, was ich jetzt machen kann. Wow. Geil, ne? Boah. Der Nebel kommt. Scheiße. Boah, ich kann ne epische Waffe erstellen. Digga, wie lang dauert das? Oh, ich hab nen Crossbow. Ich bin doch so weird. Boah, Juni, ich hab in den Headshot gedrückt. Er ist tot. Boah. Er hat irgendeinen Hammer. Nein, Tommy broken. Ja, da ist einer im Dings drin. Schill, chill, chill. Hab einen Hit. Hab zwei Hits. Hab drei Hits. Hab ihn tot. Er ist tot. Digga, die Armbrust ist so broken. Oh, warte. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Hä? Wie du läufst? Wie du rumlägst? Wie du rumlägst? Achso, Winter. Oh, hinter mir. Scheiße, hinter mir. Ja, ich bin jetzt dead. Ich bin jetzt tot. Was? Das ist dritter Platz, Digga. Das ist gar nicht. Das ist wirklich geil. Du hast keinen Bock mehr, Juni. Eine Runde noch. Nein, Mann. Oh, da. Bis zum nächsten Mal.